hallo liebe angelfreunde ich bin's euer christian und heute wieder am bach unterwegs diesmal aktiv bei der sache ich habe eine leichte spinnrute dabei kleine rolle geflochtene schnur und versucht mit kleinen ködern hier ein paar räuber oder ein paar döbel aus der reserve zu locken anfangen werde ich mit so einem kleinen blinker hier ganz klassisch mit drilling fast wie so ein spoon von heute aber der ist etwas schwerer deshalb auch bei dieser stärkeren strömung hier etwas tiefer zu führen mal gucken ob das funktioniert würde mich freuen wenn ihr dran bleibt bis später schöner kleiner blinker der wiegt so um die 78 gramm den kann ich schön mit der strömung werfen gegen die strömung reinholen der geht dann auch schön ein bisschen tiefer so ein ganz leichter spoon der würde ziemlich an der oberfläche treiben aber der der geht so ein schönes stück runter auch bei dem flachen wasser hier und der relativ starken strömung ist also fünf bis zehn zentimeter unter der oberfläche und spielt hier wirklich schön einfach nur rein kurbeln kann man auch zwischendurch mal durchsacken lassen aber so flach hier brauche ich eigentlich nur kurbeln ich habe ein scheiße weg schade ich hatte einen drauf gehabt da war nichts groß war so einer wie der da aber hing dran schade gerade der erste fehlbiss hing kurz dran der fisch aber wahrscheinlich nichts großes aber das gibt hoffnung der erste fisch am band oh ja winziger rapfen leute der geht jetzt schnell wieder rein schnell wieder zurück hatte ebert lacht hinter der kamera ein sensationsfang war das nicht aber entschneidert und ihr seht das funktioniert auf jeden fall denn die fische haben interesse wäre schön wenn er noch etwas größeres beißt aber die fische sind willig schwieriges angeln jetzt hier unter den bäumen aber da stehen die fische ja wohl jetzt haben wir einen etwas besseren fisch ich habe jetzt mal auf einen kleinen wobbler gewechselt zwar kein riese aber der ist etwas besser hände nass machen da ist er auf den kleinen wobbler schöner kleiner döbel hier auf den kleinen wobbler der muss noch ein bisschen wachsen geht schnell zurück jetzt mit dem blinker war es so dass zu viel bewuchs am wasser war und ich dann halt schlecht werfen konnte das schöne bei so einem schwimmenden wobbler ist den könnt ihr einfach treiben lassen als hänge ich hier im kraut den könnt ihr schön treiben lassen und dann einfach rein kurbeln an der stelle wo ihr fischen wollt und dann macht auch so ein ufer bewuchs dann wirklich gar nichts das ist so ein ganz kleiner crankbait ich habe hier den vorderen drilling abgemacht denn ja ein drilling reicht und wollen den döbeln ja nicht das maul vernageln ja leute zwei fische auf der haben seite einen ganz kleinen und einen kleinen aber das ist angeln so kann es gehen hätte auch jederzeit was großes beißen können ich habe hier schon schöne große rapfen gefangen döbel sogar schon barsche auf diesem stück hier alle mit dieser methode hat immer funktioniert aber ja wie gesagt das ist angeln und nicht fische fangen fing bei mir auch nicht sehr gut an der tag erst habe ich das netz zu hause vergessen deswegen heute meine handlandungsaktion normalerweise ihr wisst das habe ich immer den kescher dabei denn besonders bei so schwierigem ufer ist es immer schöner den fisch mit dem kescher zu landen also leute kescher dabei heute das war bei mir eine ausnahme ihr braucht nicht viel für diese angelei ich habe hier eine kleine rolle eine ja eine 1000er dann eine schöne leichte route die kann eigentlich auch sehr leicht seiner gehen sie spuren routen auch dies etwas härter hier gefällt mir ganz gut weil wenn ihr mal in den baum werft oder sowas dann könnt ihr ein bisschen rupfen und dann reißt der wobble auch mal zwei drei blätter raus und so eine spuren route die wären schon komplett krumm das ist dann halt schwieriger deswegen auch das etwas stärkere vorfach ich habe hier ein 20er vorfach dran ich brauche hier kein fluocarbon der bach ist relativ trüb ich nehme normales mono viel als vorfach so eine 20er weiß fisch nur hier ist das und ja da mache ich so ein meter von drauf dann habt ihr das vorne ein bisschen abrieb fester die geflochten ist ziemlich empfindlich wenn die über steine schraubt oder so deshalb hier dieses mono vorfach davor ja und dann natürlich kleine köder da reicht wenn ihr so ein kleines döschen mitnehmen weil hier so 500 meter bach abzufischen da braucht ja nicht 100 köder und ja da habe ich eigentlich auch nicht viel drin zwei wobble zwei blinker einen mini spinner habe ich noch der funktioniert auch manchmal ganz gut habe ich heute nicht ausprobiert heute habe ich angefangen mit diesem kleinen blinker hier konnte diesen kleinen mini rapfen fangen und ja dann habe ich mich da hinten weil das wasser sehr trüb war und diese überhängenden bäume dann für einen schwimmenden wobblei entschieden so einen kleinen crank wassertrüb deshalb habe ich so eine schockfarbe genommen die brachte dann den etwas größeren döbel ich hatte auch noch einen schönen nachläufer gab da kam richtig eine bugwelle hinterher da tippe ich mal darauf dass das noch ein etwas größerer döbel oder sogar ein kapitaler döbel war aber der hat sich leider nicht überzeugen lassen das braucht ihr alles für diese angelei am bach mit kunstködern klappt sehr gut im winter oder im frühjahr halt weil dieses dieses ganze gras und dieser ganze uferbewuchs und brennesseln dann alles noch abgestorben oder schon abgestorben ist und dann kommt ihr sehr gut an alle stellen dran auch an stellen die im sommer komplett zugewuchert sind weil da alles voller büsche bäume brennesseln unkraut und sonst was ist könnt ihr dann wirklich erfolgreich befischen und das macht dann gerade den spaß aus und bringt dann auch fische ansonsten natürlich ist diese methode etwas schwieriger als einfach nur ein wurm baden zu lassen ein wurm das kennen die fische und das naturköder den schnappen sie halt immer und bei sowas da müsste die fische zum anbiss überzeugen ein bisschen zupfen ein bisschen ruckeln die richtige farbe finden die heute passt und es gibt ja zig verschiedene kunstköder aber ich mit dem paar kommt ihr auf jeden fall klauen werdet eure fische fangen das klappt auch an forellen bächen sehr gut hier bei uns haben wir halt die döbel drin ansonsten weiter im süden von deutschland da gibt es dann schöne forellen bäche da kann man natürlich schöne salmoniden mit sowas auf die schuppen legen alles in allem auf jeden fall eine spannende angelei ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch viel spaß am wasser und vor allen dingen schöne fische schöne stunden am wasser auch wenn man nichts beißt hauptsache draußen sage ich immer diesen film grüße ich das bundesland bayern und zwar den christoph der weiß wer gemeint ist christoph schöne grüße nach bayern wir sehen uns mein freund